So, heute werden wir über die drei erfolgreichsten Tipps für Werbeanzeigen sprechen. Was das genau damit auf sich hat, das erfährst du in diesem Video. Lass uns auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und dann bis gleich im Video. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist immer noch Nico Becker, das hier ist Sarah Czamo und wir werden heute über Werbeanzeigen sprechen. Genauer gesagt, wollen wir dir drei Tipps geben, die einfach eine erfolgreiche Werbeanzeige mit sich bringen muss. Haben wir schon einige Male hier thematisiert, aber es ist natürlich einfach so, dass die Mitarbeiter bei uns, ich sag mal, jeden Tag hunderte Werbeanzeigen sehen. Wir sehen natürlich, was funktioniert besonders gut, was funktioniert besonders schlecht und wir ziehen natürlich da irgendwie unsere Konsequenzen raus, gibt Muster und die wollen wir dir mitteilen. Und das Erste, was es auf jeden Fall mitzuteilen gibt, sind eigene Bilder, eigene Videos, die auf Werbeanzeigen immer gut funktionieren. Wir sagen das immer wieder hier auf dem Kanal, ich sag's immer wieder in den Kundengesprächen, du solltest anfangen, dein Unternehmen in Anführungsstrichen zu fotografieren oder zu filmen. Das heißt, mach Bilder von den Büromitarbeitern, mach Bilder von dir selber als Geschäftsführer, mach Bilder, wenn die Monteure draußen auf der Montage, mach Bilder, wenn das Produkt verbaut ist, dass du eine Referenz letzten Endes hast, mach Videos von Weihnachtsfeiern, von Sommerfesten, egal was. Schau, dass du das, was in deinem Unternehmen passiert, festhalten kannst. Weil das ist letzten Endes das, was Mitarbeiter überzeugen wird, bei dir zu arbeiten, wenn es gut ist. Und das ist letzten Endes auch das, was dich, da kommen wir gleich noch zu, von der Masse ein bisschen abheben kann. Wenn du eigenes Bildmaterial hast für die Neukundengewinnung, für Küchen, für, wie gesagt, Terrassenlecher, Solaranlagen, wie auch immer. Wenn es das gibt, dann hast du automatisch was, was kein anderer an deinem Markt hat. Wir sind nun mal jetzt gerade in einer Zeit, wo viele Leute Online-Werbung machen, also mehr als jetzt in den letzten beiden Jahren. Und da ist es einfach so, dass natürlich diese Online-Quellen an Bildern, die sind erschöpft. Das heißt, es gibt halt zum Beispiel fünf Küchenanzeigen, alle mit dem gleichen Bild, alle von einem anderen Anbieter, von einem anderen Händler. Und das ist natürlich Quatsch, wenn du in der Sechse bist. Das heißt, dieses Portfolio an eigenen Bildern, an eigenen Videos, das wird dir, wenn du Ambitionen hast, im Online-Marketing was zu machen, Werbeanzeigen, Google, Facebook, Instagram, wie auch immer, wird es dir definitiv weiterhelfen. Und den zweiten Punkt wird der Kollege jetzt einfach besprechen. Den zweiten Punkt ist ein Hinweis und zwar versuch einfach mal, vielleicht auch, wenn du schon ein bisschen länger Marketing machst, nicht immer das zu machen, was alle anderen machen. Ganz wichtig, letztendlich ist es so, Social Media, wenn du unterwegs bist und irgendwo Online-Marketing machst, dann siehst du oft dasselbe. Also, weil, wenn jemand etwas von jemandem abguckt, dann meint er auch, dass es funktioniert. Kann auch immer wieder funktionieren, aber wenn dein Marketing mal ein bisschen stoppt, dann versuch einfach mal, was komplett Neues zu machen. Das heißt, meistens oder statistisch gesehen fallen Dinge auch auf, die halt anders sind als der Recht. Und sei da auch manchmal, vielleicht nicht in deiner kompletten Kampagne, aber manchmal auch mutig, mal neue Dinge zu probieren. Das heißt, versuch es einfach mal mit einer grellen Farbe, mit einer besonders auffälligen Headline. Versuch einfach mal, deine Anzeige im ersten Moment von anderen abzuheben. Was halt auch zum Beispiel funktionieren kann, ist, wenn du das Bild eigentlich von einem ganz anderen Thema hast, das aber catcht, jemand gefangen ist und dann in der Einleitung sieht, Aha, oh, die wollten mich nur catchen und auffangen. Ja, ganz einfach neue Sachen probieren. Also regelmäßig in einzelnen Anzeigen neue Dinge probieren und auch mal was ganz anderes. Weil so kannst du letztendlich deine Learnings auch machen. Kannst sehen, was funktioniert besser. Also trau dich und probiere mal was Neues. Der dritte Punkt, den ich dir oder dem Video mitgeben möchte, ist einfach die Frage, die du dir stellen musst als Fachhändler oder Handwerker. Was genau ist das Angebot hinter meinem Produkt oder meiner Dienstleistung? So, das Problem ist, dass für ganz viele Leute da draußen Angebot und Produkt deckungsgleich sind. Das heißt, da gibt es keinen Unterschied. So, wenn ich jetzt Terrassendachhändler bin, dann kann ich meinem Kunden sagen, du kriegst von mir ein Terrassendach, 3x8 Meter, alles toll und das war's. Das ist aber im Marketing natürlich nicht so gut, weil Marketing ist natürlich, letzten Endes kann man das so runterbrechen wahrscheinlich, irgendwo die Disziplin, diesen Unterschied zwischen Angebot und Produkt zu schaffen. Das heißt, für dich sollte die Frage lauten, was kann ich meinem Kunden noch geben, damit er bei mir Kunde wird? Also anders gesprochen, was hat er davon, bei mir Kunde zu werden für dieses eine Produkt? So, und da gibt es natürlich hunderttausende Möglichkeiten. Ja, du kannst, wenn man jetzt ganz platt denkt, einen Rabatt rausgeben, 10% oder sowas. Du kannst irgendeine Dazugabe geben, du kannst eine Garantieverlängerung geben. Du kannst wirklich ganz viele Sachen machen und du musst halt auch mal an der Stelle vielleicht ein bisschen kreativ werden, vielleicht auch mal mit dem Hersteller sprechen, welche Möglichkeiten haben wir hier. Einfaches Beispiel, wir haben viele Kunden, die zum Beispiel Terrassendächer verkaufen. So, und in der kalten Jahreszeit gibt es dann von mir aus so einen Wärmepilz dazu. Ist ganz einfach, ich weiß nicht, was sowas im Einkauf kostet, 100, 200 Euro. Aber am Ende des Tages hast du ein Verkaufsargument, was du quasi dem Kunden mitgeben kannst. Und das Entscheidende ist, dieses Verkaufsargument von Anfang an im Marketing zu erwähnen. Das ist letzten Endes das, was dabei einfach wichtig ist. Das sind so Erfolgsfaktoren, die wir immer wieder bei Kampagnen sehen. So, wenn man zweimal das gleiche Produkt bewirbt und einmal gibt es, wie gesagt, von mir aus drei Verkaufsargumente, die es jetzt noch zusätzlich gibt, also die ich bekomme, wenn ich da Kunde werde, dann schlägt das natürlich sofort ein. Genauso beim Thema Mitarbeitergewinnung, wenn man sowas wie einen Wechselbonus hat. So, es gibt auch sehr viele Beispiele bei uns von Kampagnen, die wirklich den gleichen Job bewerben am Ende des Tages. Es gibt einen Wechselbonus, ist ja wirklich eine ganz stumpfe Motivation zu sagen, okay, du kriegst von mir 1.000 Euro, wenn du jetzt wechselst. Aber am Ende des Tages weißt du zum Beispiel nicht, warum wechselt die Person jetzt nicht. Sind es vielleicht fünf Minuten mehr, die er morgens fahren muss? Ja, okay, dann macht er das Ausbequemlichkeit jetzt nicht, weil sich nichts ändert. Wenn er diese 1.000 Euro bekommt, vielleicht schon, beziehungsweise er trägt sich erstmal ein. Also stell dir die Frage, was ist mein Produkt, was ist mein Angebot und wie kann ich diese Differenz so groß wie möglich machen, einfach gesagt. So, das ist allgemein alles, was wir dir als Tipps geben möchten, die wichtigsten Tipps auf jeden Fall für eine gut laufende Werbeanzeige. Wenn du da ein bisschen tiefer eintauchen möchtest, wenn du wissen möchtest, okay, wie soll jetzt so eine Werbeanzeige für mich genau aussehen, komm auf uns zu, komm auf unsere Homepage, buch dir da ein Erstgespräch. Wir beraten jeden Tag dutzende Partner kostenfrei dabei, um genau diese Fragen zu klären. Ansonsten abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du die Videos hier nicht mehr und dann bis zum nächsten Mal.